hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute wieder auf den ticket und heute ist looney tunes world of my action rpg dran und das muss mir erst mal download also sag ich mal dann bis gleich da werden wir spiel runtergeladen und los geht's mal schauen was für ein spiel das ist ich kenne von looney tunes und spiel da musste immer so farben zueinander führen wie bei candy clash aber ich denke mal das ist so ein anderes spiel stimmt so was wie marvel rpg muss ich drücken musik ich höre musik so schon viel besser ah bis die bombe explodiert na komm schon na komm schon ja ja es ist wundna ba ja 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 Now I suppose I shall have to use fours. Of course you realize, this means war. That wasn't nice at all. Say, Bug, here's a delivery. Stop that, Big Bug. We haven't even finished the tutorial yet. Oh, dear. 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 Hey, Doc. Yeah, you. This place is a mess. And I'm gonna need your help to fix it. Come on. dann fangen wir mal mit den Tutorial an DING 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 oh Oh More hashing more, they won't go on him Ha 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 ha, son Ha ha ha, son Oh, er ist ja schon Level 4 Wake up Hey Sterne Yeah boy Oh, super Oh 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 Also spielt der Kammer mit 4 Leuten kämpfend Oh 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 Ich will doch gerne einmal das Pflaster ausprobieren Was das ist? Das habe ich schon gewonnen Das ist aber traurig Hm Mist Okay, mein Tagesziel reicht Bank Schauen wir doch mal hier die ganzen Charakter an. Ach, geht nicht. Ich kann nicht bewegen. Mist. Oh, schon gefunden. So, dann werden wir mal schauen. Das ist neu. Ach, 3 kann ich nicht benutzen. Das ist ein Heiler. Jetzt nicht mehr. Nein, da lebt ja immer noch. Jetzt aber nicht mehr. So, das war's. Das war's für heute. Ich werde jetzt losgehen und mir mein Ticket holen. Okay, okay, okay. Okay, letzter Kampf. Geht ja schnell. So, später gibt's bestimmt nur Autokampf. Hoffe ich. Weiß ich nicht. Obwohl, ist eigentlich egal. Oh, jetzt hat er Akku. Jetzt muss ich ihn halt treffen. Oh, jetzt geht's. Ja, hooo. Oh, oh. Nice, nice. So, da war es jetzt aber wirklich Ja, hat der Kampf gedauert, eine Minute zu weisen, das, das, das zu weisen Ach gut, ich habe noch nicht abgebrochen, aber ist automatisch rausgegangen. Gut, also ich hole mein Ticket ab und sage mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video seid. Bis dann, viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss, Tschüss.